warm welcome markus termin astrologisches stundenbuch der 23 oktober 2023 23 23 heute wechseltag die sonne geht aus der waage aus dem kardinalen zeichen waage ins zeichen skorpion hinein ins fixe zeichen skorpion und da sind schon merkur und mars kraft und intelligenz der hausherr selbst mars ist im skorpion er ist dort stark und kann dort untergründige und tiefe dinge durchsetzen von rudolf steiner stammt das zitat dass die sonne jeweils in den eigenen tierkreiszeichen oder in den anderen tierkreiszeichen ein ganz anderes wesen ist das heißt also wir haben es gar nicht mit einer einzigen sonne zu tun sondern wir haben es zu tun mit einer sonne mit zwölf wesenskleidern und wie sie vielleicht wissen sind diese wesenskleider auch tatsächlich persönlich da geht es in der in der christlichen angelogie geht es um die cherubin die also tatsächlich hier als tierkreis geister angesprochen werden können wenn ich mich nicht irre und es ist so dass macht das ist tatsächlich etwas völlig anderes wenn die sonne die zeichen überschreitet dann verändert sie komplett ihren charakter da wo ich lebe ist das auch tatsächlich im äußeren sehr astrologie kongruent wahrzunehmen als wäre das ein land das näher an der astrologie als am kalender gebaut ist was ja auch kein unterschied ist denn zwischen rom und dieser schönen stadt prag wurden ja bekanntlich die kalender reformen durchgeführt der gregorianische kalender wurde in prag und rom von persönlichkeiten geformte regio montanus in rom der junge franke das genie und viele genies auch in prag die hier tätig waren um die astrologische uhr herum aber wie dem auch immer sei sonne in den tierkreiszeichen ein völlig anderes wesen die sonne ein wesen mit mindestens zwölf wesenskörpern und jeder menge geheimnisse die wir noch nicht kennen über einige davon schreibt übrigens auch cg jung bei seinen traumdeutungen hoch 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 interessant aber gut jetzt geht es um den wichtigsten tagesaspekt ich habe das horoskop rausgelassen wenn die sonne für mitteleuropäische sommerzeit auf 0 grad skorpion steht das ist also ein sogenanntes ingres horoskop und für dieses ingres horoskop kann man eine gewisse voraussage machen bis zu dem zeitpunkt wo die sonne dann wieder das zeichen wechselt wieder das wesen wechselt eine ganz andere wesensfarbe bekommt um dann ins zeichen schütze hinein zu gehen ich muss dazu sagen diese wesensfarben die werden sehr sehr viel vorstellbarer wenn sie sich zu gemüte führen dass die sonne ja nicht einfach nur ein himmelskörper ist ja da oben seine bahnen zieht und dass die er da auch nicht nur ein himmelskörper ist die ihre bahnen zieht sondern die sonne ist tatsächlich überall dort wohin ihr licht geht und wir sind mitten in der sonne wenn wir im sonnenlicht stehen es ist teil ihres körpers und teil ihrer aura und so ist es übrigens auch mit anderen sternen es gibt keine relativität von zeit und raum das ist die lüge und der irrtum unseres jahrhunderts alles was wir mit eigenen augen sehen sofern uns gott ein augenlicht gegeben hat wofür wir dankbar sein können alles was wir sehen in dessen gegenwart und präsenz sind wir auch die relativität von zeit und raum und damit die begrenzung der lichtgeschwindigkeit funktioniert so nicht im kosmischen ganzen das kann man auch bei helmut friedrich krause und bei jochen kirchhoff nachlesen sehr gut begründet und das bedeutet schlicht und ergreifend wir sind in einer umfassenden präsenz im ganzen kosmos weltbürger und zu einer einzigen weltzeit zu einer einzigen kosmoszeit hier im all auch vorhanden jede form von relativität in diesem zusammenhang ist fragwürdig zumindest mal das aber gut jetzt mal so ein kleiner tiefen ausflug nebenher passend aber zur sonne die in den skorpion gehen wird und passend aber auch noch zur sonne die jetzt während ich diese aufnahme mache ja noch im zeichen waage steht und waage ist das zeichen des messens und wägens ist es also auch ein ziemlich cooles mathematisches zeichen das zeichen der äquivalenz formen links und rechts muss derselbe wert entstehen und dann kann man die materie quasi gegeneinander ausspielen man kann sie knacken man kann sie auch missbrauchen indem man sich spaltet zum beispiel die materie zu spalten ist natürlich ein schwarz magischer missbrauch das ist die sogenannte naturwissenschaft die abspaltung von der heiligen astrologie die schlacke könnte man sagen oder wenn man es freundlicher formulieren wollte das karma der astrologie wir astrologen haben ein karma und das haben wir auch zu verantworten und müssen mal gucken wie sich das tatsächlich darstellt aber gut hier geht es zunächst einmal nur um den aspekt sonne geht ins zeichen skorpion wie können sie das nutzen denn es ist wie gesagt ein ingress horoskop und dann fragt man welche aspekte bestehen welche helferlein sind da dass eben diese diese opposition zwischen jupiter rückläufig und uranus rückläufig im stier diesen skorpion durch dringungskräften jede menge widerstände entgegen bringen wird manchmal gut manchmal schlecht manchmal zu recht manchmal zu unrecht das ist natürlich klar und selbstverständlich aber aus diesem trigon zwischen sonne und saturn da oben in den fischen saturn rückläufig saturn rückläufig geht auf die alten dinge zurück auf die alten konzepte auf lao c auf das tao te king auf die auf die simpleren formen der möglichkeit das gemüt wieder anzusprechen denn das ist die möglichkeit wie wir die welt bewegen und das kann auch die skorpionsonne mit all ihren begleitern dort unten im zeichen skorpion erreichen das also der wichtigste aspekt heute danach gibt es ein volt kurs des mondes von 21 uhr 30 bis 10 uhr morgens ihr könnt euch erinnern das ist diese camouflage geschichte wo man ein bisschen tunnel kann ein bisschen unter der realität hindurch tauchen und das ist die situation mit der wir es zu tun haben freuen wir uns auf die selbstbestimmte und selbst gesteuerte transformation durch die sonne im zeichen skorpion wie sagte doch lee scratch perry der neulich gestorben ist i am the government i govern myself oder auf deutsch ich bin die regierung ich regiere mich selbst markus termin astrologisches stundenbuch oben die mail adresse für beratung und kontakt unten im blog logbuch markus termin dot com die konditionen für eine beratung vielen dank fürs zuhören fürs liken kommentieren und was sie sonst noch machen bis morgen